Hallo, ich grüße alle meine Abonnenten und Kunstinteressierten. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr seid gesund. Ja, wir haben jetzt gerade eine ganz schlimme Zeit. Ich habe alle meine Online-Kurse, die ich hier umsonst angeboten habe, jetzt rausgenommen. Das ist euch wahrscheinlich aufgefallen. Das hat folgenden Grund. Ich darf hier in Hamburg leider keine Mal-Workshops, keine Veranstaltungen mehr anbieten. Und ich bin natürlich nicht der Einzige. Viele dürfen das nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr bei dieser Pandemie. Deswegen die einzige Möglichkeit für uns, für Künstler, für viele, ist es, Online-Kurse zu stellen. Ich habe jetzt diese Kurse, die ich hier jahrelang umsonst angeboten habe, auf meine Website gestellt und gegen eine kleine Gebühr könnt ihr diese Online-Kurse runterladen. Welche das sind, das seid ihr hier unten. Das seht ihr hier unten im Text. Ich hoffe sehr, dass ihr Verständnis dafür habt. Anders geht leider nicht. Und ich hoffe, ihr zeigt solidarisch. Ist ja keine einfache Zeit heute. Bitte kommt gut durch. Bleibt gesund. Und alles wird gut.